Ultimative Leistung kombiniert mit einfachstem Motorstart. Das ist der Bricks & Stratton 677 IS In-Start Series Motor, hergestellt in den USA mit amerikanischen und weltweiten Teilen. Die cleverste Art zu starten mit dem Bricks & Stratton In-Start System. Seilzugstart entfällt, aufladen, einsetzen und mähen mit der Lithium-Ionen-Akkutechnologie. Einfachste Wartung mit Just Check and Add. Nach dem Auffüllen zur ersten Inbetriebnahme genügt es, den Ölstand regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf nachzufüllen. Kein Ölwechsel, lebenslang. 9,8 Nm Drehmoment sorgen für genügend Kraft, um auch langes Gras schnell zu bewältigen. Je höher das Drehmoment, umso stärker der Motor. Der 675 IS In-Start Series Motor ist ideal für Rasenflächen bis zu 1000 Quadratmeter. Erleben Sie leiseres Mähen dank dem Super Low-Tone Schalldämpfer. Spüren Sie die Vorteile geringen Gewichts und hoher Manövrierbarkeit. Unsere Motoren sind 30% leichter als vergleichbare Modelle. Alle E-Series Motoren haben deutlich reduzierte Abgasemissionen. Die europäischen Abgasnormen werden um mindestens 25% unterschritten. Bei Briggs & Stratton können Sie sich auf ein flächendeckendes Service-Netz verlassen. Mit europaweit mehr als 20.000 Händlern finden Sie sicher auch einen in Ihrer Nähe. Das In-Start System ist die Innovation beim Motorstart. Müheloses Starten, starke Leistung bei geringem Gewicht und einfachste Wartung mit Just Check and Add. Der 675 IS In-Start Series Motor liefert genau die Kraft, die Sie für Ihre Arbeit benötigen.